Du denkst an eine berufliche Veränderung? Du möchtest vielleicht deinen Job wechseln oder du möchtest dich vielleicht sogar selbstständig machen? Lass uns gemeinsam reinschauen, wie die Chancen für dich im Moment so stehen. Warum mache ich diese Legung? Weil im Moment haben wir so ein bisschen kritischen Merkur und ich habe auch selber gemerkt, dass die Dinge im Moment nur sehr schwierig, sehr schleppend vorangehen und dass viele Veränderungen kommen können, mit denen man nicht gerechnet hat. Lass mich erst mal sagen, du bist hier bei den Astro-Antwort Impulsen. Mein Name ist Anni Dillmann. Ich freue mich natürlich riesig, dass du wieder bei mir bist. Zunächst erst mal danke für eure Likes, danke für eure Abos, danke für alles, was ihr mir in den Rückfluss gegeben habt. Das hat mich riesig gefreut. Bitte bedenke immer, dass es bei Tarotkartenlegungen hier auf YouTube um allgemeine Legungen geht. Wie deine persönliche Situation aussieht, kann ich eigentlich immer nur ganz genau in einer persönlichen Legung sagen. Wenn du eine persönliche Legung möchtest, dann schau doch bitte mal unten in die Infobox und in der Infobox siehst du halt meine E-Mail-Adresse. Wenn du eine Legung brauchst, wünschst, dann schreib mir doch einfach eine Mail. So, wir schauen jetzt mal rein, liebe Leute. Ich lege einmal eine Hauptenergie aus. Was ist überhaupt so drumherum bei dir? Wie fühlst du dich so? Wie sieht es aus mit einer Veränderung im Moment? Und ich schaue jetzt allgemein mal so ein bisschen auf drei Monate. Wir wissen, Dinge können sich schnell ändern. Manchmal ist die Zeit gut, etwas zu ändern, manchmal schlecht. Schauen wir, wie es aussieht. Jetzt gucken wir mal, wie es in deinem Arbeitsbereich so aussieht. Das heißt, wie viele Jobs gibt es da und wie viele Aufträge gibt es da, wenn du zum Beispiel dich selbstständig machen möchtest. Jetzt schauen wir hier nochmal auf den ersten Monat, den zweiten Monat und den dritten Monat. Warum habe ich mich überhaupt zu dieser Legung entschlossen? Ich war jetzt auch ein bisschen inspiriert durch eigene Entwicklungen im, sag ich jetzt mal so, Festjob. Da habe ich auch so den einen oder anderen Schwank erlebt, wo mir nicht so gut getan hat. Du siehst, auch an mir als Wahrsagerin geht das reale Leben nicht vorbei. Ja, auch ich habe meine Kämpfe zu kämpfen. Und auch ich kriege meine Lernaufgaben vom Schicksal gestellt. Im Moment habe ich eine ganz besondere Lernaufgabe, aber es ist ja jetzt nicht das Thema, sondern das Thema bist jetzt du. Und wir schauen jetzt einmal auf die Hauptenergie. Die allgemeine Energie für die Leute, die hier in Resonanz gehen, ist es, dass man das Gefühl hat, irgendwo nicht anzukommen. So, ich stelle noch mal ein bisschen schärfer, so ist es besser. Die Welt auf dem Kopf heißt immer so ein bisschen ein Zyklus, den du begonnen hast, den hast du noch nicht vollständig abgeschlossen. Das sehe ich natürlich daran, dass die Welt nicht in natürlicher Position liegt, sondern dass die Welt jetzt auf dem Kopf steht. Es kann auch sein, dass allgemein in deinem Berufsleben gerade wirklich die Welt auf dem Kopf steht. Das kann viele Dinge bedeuten. Das kann einmal bedeuten, entschuldige bitte, das kann bedeuten, dass du vielleicht eine betriebliche, dass sich irgendwelche betrieblichen Dinge verändern, dass du am Arbeitsplatz nicht mehr so gut zurechtkommst. Es kann bedeuten, dass vielleicht dein Arbeitsplatz in Gefahr ist oder es kann auch bedeuten, dass das für dich noch nicht an der richtigen Zeit ist, in einen neuen Zyklus einzutreten, weil ein alter Zyklus noch immer nicht beendet ist und das kann auch was damit zu tun haben, dass du beispielsweise deine Lernaufgaben noch nicht gelöst hast. Ich könnte mir vorstellen, liebe Leute, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht am richtigen Platz seid. Das würde ich emotional am ehesten so beschreiben. Du bist da falsch, wo du bist. Das könnte auch ganz einfach und schlicht und ergreifend zutreffen. Lass uns erstmal weiterschauen. So, wie sind denn die Chancen hier überhaupt etwas Neues an den Start zu bringen und es spielt jetzt keine Rolle, ob du tatsächlich einen neuen Festjob suchst oder ob du tatsächlich in eine Freiberuflichkeit oder in eine Selbstständigkeit gehen möchtest. Du fühlst dich nicht wohl. Ja, im Moment ist es so, hier in dieser Position steht die 9 der Kelche für Zufriedenheit und Dankbarkeit für die eigene Wohlbefinden. Es ist noch nicht alles perfekt, aber man kommt zurecht und kann zufrieden sein und das scheint halt im Moment eine Basis zu sein, die vielleicht Veränderungen für, meine Güte, ich fange schon wieder an zu stottern, für Veränderungen nicht so gut ist. Weil wenn man auf der Basis von Unzufriedenheiten neue Dinge startet und auf der Basis von emotionaler Unausgeglichenheit und was ich jetzt so ein bisschen reinbekomme hier bei dir ist, dass es auch so ein bisschen das Gefühl für dich selber fehlt, das Gefühl für deine eigenen Fähigkeiten und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch so ein bisschen in so einer persönlichen Krise sind im Moment. Das versuchen alles mit dem Kopf zu lösen, aber das Gefühl hinkt immer noch hinterher. Ja, also wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, im Moment jetzt auf eine Selbstständigkeit zu beginnen oder auch einen neuen Job zu finden, könnte ein bisschen blockiert sein. Das heißt aber nicht, dass das Ganze dauerhaft blockiert ist. Wir wissen, wir haben hier im Moment den rückläufigen Merkur und der rückläufige Merkur, der macht uns alle ein bisschen unsicher. Wir haben alle kürzere Nerven, die Zündschnur ist einfach kürzer als sonst. Technische Sachen laufen nicht so gut wie sonst. Wir sind auch emotional immer so einen Schritt vor und zwei zurück. Ja, und das ist eigentlich, was ich nicht spüre, ist bei dir die endgültige Entschlossenheit, noch etwas zu tun. Schauen wir weiter. Wie sieht es allgemein mit Jobs und Aufträgen aus? Und es könnte im Moment sein, weil wir haben hier die Mäßigkeit und die Mäßigkeit steht jetzt nicht für den fetten Erfolg. Die Mäßigkeit auf dem Kopf steht schon mal gar nicht für den fetten Erfolg. Ihr wisst ja, wenn ich Legungen mache, bin ich immer ehrlich. Und bevor ihr irgendeinen Fehler macht, so wie ich manches Mal in ihrem Leben, möchte ich verhindern, dass ihr Fehler macht. Also wenn ihr im Moment nicht wisst, wohin, dann habe ich eher so das Gefühl, bleibt lieber erstmal, wo ihr seid und versucht auch ein bisschen inneren Abstand zu den Misslichkeiten des Alltags zu finden. Es heißt nicht, dass nichts geht. Du könntest tatsächlich etwas Neues finden, neue Aufträge. Du könntest tatsächlich vielleicht eine Selbstständigkeit starten, aber der Erfolg wäre erstmal nur sehr durchschnittlich. Und wenn wir jetzt hier mal über Geld reden, könnte es sein, dass das Geld noch nicht so richtig reichen würde. Das heißt, es kann sein in dieser Legung, dass deine Sicht der Dinge noch nicht ganz richtig ist, dass die Akzeptanz für dein Status Quo fehlt. Ja, dass du zwar irgendwo raus möchtest, aber letztendlich die Entschlossenheit noch fehlt und vielleicht auch die Umgebungsqualität in deinem Berufsbereich. Ja, könnte es schon sein. Lass uns erstmal weiterschauen, wie sich das in den nächsten drei Monaten entwickelt. Und wir haben hier die Stäbe, die acht der, nein, wir haben hier die Stärke auf dem Kopf und die Stärke auf dem Kopf. Das heißt, da ist die Ausgewogenheit noch nicht da. Schauen wir erstmal weiter. Die acht der Stäbe bedeutet, dass man das, was man will und das, was man in der Realität tut, in einer Harmonie bringt. Dass man die inneren Impulse mit der äußeren Tatkraft richtig verbindet. Und das scheint, weil ich sehe ja dieses Emotionale hier bei dir. Du bist im Moment, könnte ich mir vorstellen, überhaupt nicht zufrieden. Und diese Unzufriedenheit nützt dir nichts. Sagen wir es mal so. Ja, weil die Stärke auf dem Kopf sagt mir ganz einfach, dass du zum Beispiel innerhalb der nächsten vier Wochen noch nicht so in einem persönlichen Selbstwert bist. Du müsstest in einem persönlichen Selbstwert sein. Auch in der persönlichen Wohlfühlkammer, sag ich immer mal so. Ja, du müsstest im persönlichen Wohlfühlgefühl sein. Und das bist du gerade nicht. Und ich sag dir was auch, da kannst du die tollsten Bewerbungen schreiben und die tollste Werbung schalten. Und wenn du aber nicht konform gehst, emotional mit deiner Sache, wenn deine Kälte auf dem Kopf stehen und das alles Schöne, was da drin ist, nach unten rausläuft, dann kannst du nichts reißen. Ich sehe noch bei dir einen Mangel an Ausgewogenheit. Vielleicht ist, die Stärke hat auch immer was mit deiner persönlichen Kraft zu tun. Und was ich eben hier ganz besonders deutlich reinbekomme, ist deine Kraft. Du bist nicht in deiner vollen Kraft. Sagen wir es jetzt mal so. Und wenn du nicht in deiner vollen Kraft bist, kannst du nicht nach vorne gehen. Du hast es vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn man nicht in seiner vollen Kraft ist, dann gehen die Dinge nicht nach vorne. Das ist eine Transformation, die bei dir stattfindet. Da ist noch irgendetwas an dir, was du selber nicht erkennst. Und es kann hier sehr, sehr gut auch um Schattenthemen gehen. Es kann darum gehen, dass du irgendwelche alten Träume, Wünsche, Hoffnungen noch nicht losgelassen hast. Wenn du jetzt daran denkst, dich selbstständig zu machen, innerhalb der nächsten drei Monate kann ich dir nur dringend abraten, sondern es könnte dazu führen, dass die Dinge nicht ausgewogen laufen. Und ich meine hiermit ach das Geld, ja. Es könnte sein, dass du erstmal mehr reinbutterst und nichts dabei rauskommst. Warum? Weil es noch nicht an der richtigen Zeit ist. Weil ich habe hier ein bisschen zu liegen, dass du dich deiner Transformation, die hier bei der Welt gefordert wird, einen Zyklus zu Ende zu bringen, nicht stellen willst oder erstmal nicht stellen wirst. Das heißt, in dir müsste sich erst etwas verändern, damit sich das in der Realität im Außen niederschlagen kann. Das ist der Punkt schon mal. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich will jetzt was Großes an den Start bringen, kann ich dir im Rahmen der nächsten zwei Monate schon mal nicht zuraten. Und du weißt, wenn man mal in die Astrologie schaut, wir haben unglaubliches Kuddelmuddel von Planeten in bestimmten Sternzeichen. Das heißt, wenn sie alle in einem Sternzeichen stehen, stehen sie zum Gegenüber in Opposition und das kann die Dinge unheimlich erschweren. Schauen wir jetzt mal auf die dritte Energie. Oh je. Vielleicht, das war auch wirklich der richtige Zeitpunkt, dass ich diese Legung rausgeschickt habe, weil wir haben ja die acht der Schwerter auf dem Kopf und das ist kein gutes Signal. Und ich kriege hier die ganze Zeit rein, dass man irgendwie nicht so richtig zu einer Entscheidung kommt und dass das Problem sein könnte, bei deinem Erfolgsproblem, bei deinem Nicht-Vorankommen, dass es unheimlich viele Leute gibt, die sich einmischen. Und ich könnte mir vorstellen, bei einigen von euch, dass ja eine ganz üble Mobbing oder Verleumdung oder üble Nachrede im Spiel ist. Ich weiß jetzt nicht, was du vorhast, das können wir auch nur in der privaten Legung klären, aber irgendetwas stimmt mit dieser Sache nicht. Sei es, dass es nicht der richtige Jobbereich ist, mit dem man auch Geld verdienen kann. Sei es, dass es keine Jobs gibt. Sei es, dass du irgendwelche Dinge vielleicht nicht so siehst, wie sie sind. Oder sei es, dass du einfach nicht in deiner persönlichen Kraft bist, innerhalb der nächsten drei Monate etwas Neues an den Start zu bringen. Schauen wir, was die Quintessenz sagt. Und was sagt die Quintessenz? Hier ist der Page der Stäbe, der Page der Stäbe steht immer dafür, dass man schon eine richtige Idee hatte, was man machen könnte, dass man aber noch nichts tut, dass man noch nicht in der Aktivität ist. Ja, und da der Page der Stäbe bei dir jetzt auch noch auf dem Kopf liegt, sehe ich bei dir das Problem oder sehe ich bei den Leuten, die, ich hoffe, es gehen nicht viele Leute in Resonanz mit dieser Legung, sehe ich so ein bisschen das Problem, dass du entweder zu ungeduldig vorwärts gehst oder vor der Zeit handelst. Und das passt jetzt natürlich auch sehr gut zu der Welt auf dem Kopf. Jetzt mal ehrlich, Leute, manchmal fühlen wir uns ja immer in Situationen gefallen, da gefällt uns etwas nicht, wir werden von irgendwem geärgert. Aber wenn sich so partout keine neue Chance auftun will und wenn nichts klappen will, dann ist dein persönlicher Zyklus noch nicht abgeschlossen. Das ist eben das Ding. Und bevor du nicht merkst, dass die Dinge leichter laufen, dass du ganz genau weißt, was du willst. Weil ich könnte mir vorstellen, nach dem, was ich hier sehe, dass du in irgendeiner Weise, du möchtest was anderes, aber du weißt noch nicht so richtig was. Könnte es bei einigen Leuten vielleicht sein, dass sie eben zu wenig Aktivität zeigen oder zu wenig für das tun, was sie wollen. Und auch ich habe in jüngeren Jahren unheimlich viel gewollt, habe aber auch manchmal nicht die richtigen Sachen dafür getan, weil ich nicht den richtigen Fokus hatte auf die Situation oder nicht genug wusste. Das kann durchaus sein, dass man manchmal in so einer Situation steckt. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch in einer komischen beruflichen Situation stehen. Sei es, dass sie halt zu viel arbeiten müssen für zu wenig Geld. Sei es, dass die Unzufriedenheit mittlerweile auch schon seelisch belastet. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass man irgendwo raus will, aber dass man hier auch eine falsche Entscheidung treffen könnte, mit der man zunächst erstmal überfordert wäre. Und was ich hier ganz deutlich reinbekomme, für einen Jobwechsel oder für eine Selbstständigkeit ist im Moment noch nicht die richtige Zeit. Es ist noch nicht die richtige Zeit, in Aktion zu treten. Jetzt lass uns doch mal kurz klären, die Welt auf dem Kopf, das ist ja eine Aussage, das ist das höchste Lass uns doch mal bitte schauen, was hat das auf sich? Was ist das für eine komische, warum geht nichts vorwärts? Warum? Wichtig ist, weil ich sehe nämlich jetzt hier so etwas, dass tatsächlich hier etwas Erfolg, eigentlich kannst du Erfolg haben, aber irgendwie kann hier Gerede im Spiel sein. Und ich denke jetzt wieder an so eine Berufssituation, wo man vielleicht in irgendeinem Büro sitzt oder in irgendeinem Team, wo viel geredet wird. Man hat zu viele Zweifel und es spielt eine große Nervosität hier bei dem Nicht-Erfolg eine große Rolle. Nervosität, weil ich sehe das ja hier die ganze Zeit und guck dir mal, die Acht der Schwerter auf den Kopf, der Tod auf den Kopf, die Stärke auf dem Kopf, das ist natürlich alles keine gute Zeit. Gut, lass uns noch mal hier den Tod auf dem Kopf klären oder am besten klären, was hier diese Situation ist. Es geht ja hier um deine Zukunft, meine Liebe, mein Lieber und ich möchte nicht, dass ihr irgendwelche vorschnellen Entscheidungen, keine Schnellschüsse macht, dass irgendetwas schief läuft in eurem Leben. Wenn ihr jetzt einen Festjob habt, egal wie scheiße der ist, sag ich jetzt mal so, bleibt erstmal da. Ja, weil du hast hier noch karmische Lektionen abzuschließen, bevor du weitergehen kannst. Für die nächsten drei Monate, für die Leute, für die, die hier in Resonanz gehen und ich hoffe, dass das nicht viele Leute sind, dass ihr erstmal noch an euch arbeiten müsst. Ja, ihr müsst in die Ruhe kommen, ihr müsst in einen klaren Fokus setzen, ihr müsst euch besser informieren. Vielleicht fehlt euch auch für so ein, all das, was ihr da machen wollt, noch das Wissen. Auch das kann sein. Ja, seid bitte vorsichtig mit größeren Veränderungen. Ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr einen Festjob sucht, an Arbeitgeber geraten, wo es vielleicht noch schlimmer ist, als es vorher war. Vielleicht hat man manchmal so das Gefühl, man will unbedingt irgendwo raus, findet aber partout nichts Neues. Und wenn man dann trotzdem partout nichts Neues findet und wenn es partout keine Möglichkeit zur Selbstständigkeit geben will, dann sag ich dir, weiß das Universum mehr als du und gib dir hiermit ein Zeichen, bleib erstmal, wo du bist. Die Dinge werden sich klären. Schick uns deine Interessen, deine Wünsche, wo willst du hin. Zusätzlich geht es ja auch noch darum, wie es mit deinem Lebensplan aussieht. Ja, auf jeden Fall ist hier irgendein Zyklus noch nicht abgeschlossen. Deine Aufgaben sind noch nicht verendet. Du bist noch nicht frei. Ja, du bist noch nicht freigestellt vom Universum, das zu tun, was du da tun willst. Ich möchte noch mal diese beiden Bilder hier erklären. Bitte gib mir doch noch mal... Dank, oh mein Gott. Alle Karten wollten jetzt rutschen. So, jetzt haben wir schon wieder eine... Die Würfel stehen immer für so eine Art Ja, Glücksspiel, 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 äh, um Glücksspiel, ähm... Emotional zu... Entschuldigt, bitte, ich musste gerade mal kurz an mich reinhorchen. Emotional zu verspielt. Du könntest alles verspielen, weil du zu emotional an die Dinge herangehst. Du bist nicht in deiner Mitte. Und es kann durchaus sein, bei einigen von euch, dass sie sogar auch eine persönliche Krise hier rein spielt. Es könnte sein, wenn ihr tatsächlich irgendwas Größeres an den Start bringt, dass in etwa vier Wochen irgendetwas sein könnte in eurem Leben, was euch aus dem Extrem, aus dem Gleichgewicht bringt. Und das könnte die Sache zum Scheitern bringen. Und mein ganz deutlicher Rat hier von meiner... Der Rat der Karten, der Geistigen Welt ist, ihr seid erstens sowas spielt und seht die Dinge zweitens zu emotional. Bei beruflichen Dingen. Wir sind ja hier in der Joblegung. Wir sind hier in der Legung. Wie geht es? Könnte es selbstständig klappen? Du bist nicht in deiner Mitte. Also es ist keine gute Zeit, liebe Seele, um hier irgendetwas anzufangen. Ich hätte jetzt lieber was anderes gesehen. Aber es ist mir halt ganz, ganz wichtig, meinen Eingebungen zu folgen. Und ich habe einfach das Gefühl bekommen, dass einige von euch in so einer komischen Situation sind, dass sie vielleicht vor der Wahl stehen. Soll ich jetzt tatsächlich alleine was an den Start bringen? Soll ich mir einen anderen Job suchen? Ich gebe dir einen guten Rat. Was ich noch reinbekomme, ist das, was jetzt für dich nicht mehr richtig ist, sich von alleine erledigen wird. Mach bitte im Moment keine großen Sprünge. Ja, ich kann dir jetzt nicht, wenn du dich heute selbstständig machst, den fetten Erfolg versprechen. Sei eher ein bisschen vorsichtig, denn du weißt, wir leben ja alle in der Zeit der Inflation. Ja, also das ist echt, schau dir mal die Preise an, schau mal, wie das alles läuft. Es ist ganz einfach so, dass man froh sein muss, einen Festjob zu haben. Und sei bitte im Moment etwas vorsichtig. Es sind unruhige Energien hier im Feld und du wirst mir das bestätigen. Schreib mir das bitte in die Kommentare, wie ihr euch täglich in so einem Berufsleben, eurem Berufsleben fühlt. Wo kommt ihr nicht voran? Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch hier ganz, ganz krasse Situationen haben, egal wie krass die Situationen sind. Du hast hier eine Lektion zu lernen. Ja, und bevor du diese Lektion nicht gelernt hast, kannst du nicht vorwärtskommen. Dringende Warnung an alle Leute, die hier irgendwas mit großen Investitionen planen oder Selbstständigkeit, könntest du an Geschäftspartner geraten, die nicht ehrlich sind. Liebe Leute, wenn euch die Legung gefallen hat, gebt mir ein Däumchen, lasst ein Abo da, so könnt ihr keine Videos mehr verpassen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Kraft und immer schön mit den Beinen auf der Erde bleiben. Wenn du magst, dann sehen wir uns bald wieder. Ich sag dir jetzt erstmal auf Wiedersehen und bleib mir schön gesund.